World Underground Wrestling ... Wenn es nicht der Romel war, hätte ich gesagt, wir können das ab... Riechendes Astl, genau ... Halt! Wir sind da jetzt! Der Referent, schau einmal! Zwei! Drei! Drei! 3,3, erholt! Aua! Aua! Und schon liegt er wieder! Ja! So, der Referent, sie dreht bis zu zwei! Zehn hat er Zeit aufzustehen, sonst wäre er der Klo. Vier. Hoppala. Knie und Kniebauer. Oh, komm umherst. Ja, ja, ja. Der Kreis ist natürlich wieder am Boden, aber er rappelt sich erstaunlich schnell wieder auf. Blatsch hat es gemacht, der Unterlektor. So. Drei. Vier. Föööö. Oh nein, doch nicht. Vier ist schon aus. Oh ja. Also, wenn ich einen Technikpartner hätte, den hätte ich mich schon ausrusten wollen. Schaut da nicht mehr an. Hoppala. Oh je. Ja, ja, ja. Ewa. 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 Wechsel. Ewa. 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 Komm schon! Naht ihr doch diskutieren oder was? Na, nein! Eine Mauer ist eine Scheiße dagegen. Also die Kraft ist einleitig beieinander. Aber er steht eigentlich immer vor 5 wieder auf, also Kondi hat er ja. Ja, trau dich, hock dir mal um. Aua, der hat gesessen. Ein schöner Snap mir und eins Liebold. Also bei mir hat mein Gegner reingeschlafen. Mal schauen ob das klar funktioniert. Aufgabe? Keine Aufgabe. Da musst du fest dazudrucken. Gwinter, Gwinter, Gwinter. Crisis, Entschuldigung. Läuter Is in den Namen. Das verwechsel ich, oder? Gwinter, Amio! Gwinter, Gwinter, Gwinter. Gwinter, 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 Gwinter. Keine Aufgabe! Warum nicht? Achso, keine Aufgabe, Entschuldigung. Also, irgendwie musst du mehr ins Kroftraining gehen, ich weiß es nicht. Und weniger Knädeln fressen. Und? Einmal ein richtiger Gegner im Ring? Ja, hock um! Mehr! Noch mehr! Jawoll! Tor! Tor! Wer hilft zum Tor? Sechs! Tor! Da schaut sich das an! Oh! Mir würde das Steißbein schmerzen! Zwei! Drei! Und wieder gewechselt, Crisis ist der Mann im Ring! Fisch! Nein, so nicht! Vielleicht mit mehr anlaufen, wo mehr Platz haben wir nicht! Nein, so auch nicht! Komm! Ja, war schon besser! Kamera! Komm! Mache Kamera! Eins! Zwei! 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 Duel! Das! Nie! Oh, schöner Armbrack! Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du schaffst das, oder auch nicht. Vielleicht wechselst du lieber ein. Tor! Ah, ich weiß nicht. Freifahr! Das ist ein bisschen heißer, du wechselst ja rein. Ich mein, ja, das ist halt der Unterschied zwischen... Und Kammer! Eins, zwei! Zwei nur! Und einen Slipper holt. Kommt er da raus, ey. Nee, wie ist das kein Illegaler-Würgegriff? Ich weiß es nicht. Keine Aufgabe! Und du weißt schon, dass die Kehle frei bleiben muss. Dann passt's. Ja, ich bin nicht der Referee. Ich hab kein Entscheidungsgeweis... Also, ich hab schon... Also, keine im Ring sind. Au! Das war eine schöne Befreiung. Eins! Na, illegal war's nicht. Zwei! Hat geschmeckt, aber sie war nicht illegal. Zwei! Zwei! Bravo! Eins, zwei, drei! Bravo! Das war ein schönes Cover! Allerdings! Herr Roth! Hey, Romeo! Romeo! Was ist da? Zwei! Eins! Zwei! Drei! Ja, Robert! Entschuldigung! Wie viel? Aus! Nein! 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 Die Stren herren! Gerade mitdenken! Kampf geht weiter fluchen! Ja, Kampf geht weiter! den Frauen stere melendr approved! Denn mit der anderen kann ja net wechseln. Bravo! Guten Abend wurde gewögert! Bravo! Ja, Video! Einiger in der... ...älleen... Aus! 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 Rechts! Ja, da liegt einer, was ist da, es liegt 1000 Leute da oder was? Also 200. Ja, mach einen Kauern, dann ist die Sache erledigt. 1, 2, 3, 4 Sieger dieses Kampfes durch einen schönen Pinball Tom Dabbinger World on the Ground Wrestling